Kekse Wir backen, ganz viele, damit's für alle reicht. Kekse, wir backen Kekse, ganz viele Kekse, ich liebe Kekse. Wir backen jetzt Kekse und das geht so. Butter, Mehl, Zucker, Salz und Milch dazu. Wir kneten einen Teig daraus und rollen ihn auf den Tisch dann aus. Nehmen eine Form und stechen damit dann die Kekse aus. Ab in den Ofen, der ist schon knalle heiß. Und gleich gibt's die Belohnung für unseren Fleiß. Kekse, wir backen Kekse, ganz viele Kekse, ich liebe Kekse. Kekse, wir backen Kekse, ganz viele Kekse, ich liebe Kekse. Hey, mach doch mal den Ofen auf, die Kekse sind fertig. Kekse, jetzt essen wir Kekse, wir lieben Kekse, ganz viele Kekse. Kekse, jetzt essen wir Kekse, wir lieben Kekse, ganz viele Kekse. Große Kekse, kleine Kekse, wunder- und auch bonte Kekse. Ja, es gibt so viele Kekse, am liebsten hässlich Schoko-Kekse. Und ich auch. Ja, es gibt so viele Kekse, ganz viele Kekse, ganz viele Kekse, ganz viele Kekse. Ja, es gibt so viele Kekse, ganz viele Kekse, ganz viele Kekse.